Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser. Nein. Doch. Oh. Und wir haben bei ihm eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind. Nein. Doch. Oh. Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen. Ich? Sie. Nein. Doch. Oh.